Iron-Plate... Iron-Furance... Iron-Furance baut man aus den Blöcken, die ich gerade die ganze Zeit weggeworfen habe. Vier Stück. Das sind 36, die ich brauche. Ähm... So... Eins, zwei, drei, vier... So, dann brauchen wir jede Menge Zinnplatten. Und zwar genau 20. So, das haben wir auch. So, dann brauchen wir noch ein paar. Äh... Und zwar... Wie viel brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall sechs. Wir brauchen nochmal sechs. Nochmal sechs Stück. Scheiße, sieben. Ist jetzt auch egal. So... Für die RE-Batterie brauchen wir... Ähm... Zwei pro Batterie. Okay... Das bedeutet, wir brauchen... Acht... Von diesen... Chin-Casing... Nein... Acht... Zinn... Teile... Boah... Da hab ich's. Das wollte ich haben. So. Zack. 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 Da haben wir unsere 16. Ähm... Ja. So. Wir haben jetzt natürlich keinen Redstone. Boah. Das geht nämlich jetzt gerade so hoch auf. So. 32 Redstone. Und die vier oben drauf. So. Vier Stück davon. Super. 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 So. Wir haben Generatoren. Schön. Jetzt fehlen uns noch Electronic Circuits. Copper Cable. Iron Plate. Und Redstone. Copper Cable. Wie viele haben wir gebraucht? Wir brauchen vier. Nein. Das wollte ich nicht. Ich bräuchte die... Boah. Da. Vier. Zwei kommen da jeweils raus. Das sind mal drei. Das sind zwölf. 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 Kappa Ingots. Da. Ähm. Ja. Und wir brauchen danach einen neuen Hammer. Hammer. Denn der bringt nur zehn. So. Wie macht man nochmal den Hammer? Den Hammer machte man... Hammer. Äh. Äh. Da. Stick und Iron. Gut. Ich war natürlich so doof und habe mir nichts mitgenommen. vom Thema Holz. Vom Thema Holz. Oder? Ja. Da haben wir noch Sticks. Nämlich Holz direkt auch mit. Hm. So. Zwei Sticks. Und Iron. Da. Da. So. Wir brauchten. Zwölf. So. Die mussten wir jetzt mit dem Cutter machen. Und zwar 24. Und die wurden dann mit dem Zeug zu schönen Sachen. So. Jetzt brauchen wir noch vier. Drei Iron Plates. Iron Plates. Eins. Zwei. Drei. Super. Und. Ja. So. Vier Iron Plates. Und. Wir haben vier Electronic Circuits. Wir brauchten aber das Doppelte. So. Was macht unsere Kohle? 25 Kohle hast du. Was macht unser Glas? 26 Glas. Gut. Dann kann ich das hier schon mal anschließen. Zumindest. Ähm. Das sind unsere Genaktoren. Scheiße. So. Und unsere Cold Dust. Ja. Vier Stück. So. Jetzt brauchen wir nochmal zwölf. Ach komm. Her mit dir. Zwölf davon. Zack. Das Stück haben wir. Ähm. Warte mal. Haben wir genug. Batterien? Wo sind unsere Batterien hin? Ach so. Batterien brauchen wir ja gar nicht mehr. Ding. So. Komm. 24. Richtig schön. Da haben wir unsere 24 Stück. So. Komm. Ähm. Wir brauchen noch. Wir brauchen noch. Vier Iron Plates. Da haben wir die. Und. Zack. So. Und da haben wir auch diese vier davon. Gut. So. So. Generate. Operator. Scheiße. Komm raus mit dir. Nein. Wir brauchen Cold Dust da. Habe ich schon wieder falsch rum gemacht. Ja. Habe ich schon. So. Jetzt haben wir vier Stück davon. Die müssen wir jetzt ähm. Mit Zinnkabeln verbinden. Und zwar. Bei dieser Start. Eigentlich können wir alles mit Zinnkabeln machen. Denn. Wir haben ja noch kein nichts größeres. Außer dieses Start Brocks. Hm. Komm. Lass uns erstmal ins Bett gehen. So. Und dann wird. Wewe. Ja super. Ähm. Im Bett. So. Wir brauchen. Zinn oder Kupferkabel. Kupferkabel bringt vier. Auf die Länge. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Das bringt schon mal gar nichts. Das bringt auch gar nichts. Wir müssten die dann etwa hier hin bauen. Boah. Zack. Zack. So. Hier werden die dann so drauf gebaut. Okay. Eins. Zwei. Drei. Und. Vier. So. Das können wir dann alles wieder zumachen. Schön mit Erde. Und. Das auch. Dann brauchen wir ein bisschen Zinnkabel. Ach. Wir haben es ja. Ich hoffe das reicht. Wenn nicht. Können wir es ja wieder zurücklegen. Ach. Dich brauche ich. So. 16 Kabel müsste eigentlich reichen. Zack. Da haben wir das Zeug was wir brauchen. Ähm. So. Ah. Shift. Klick. Und. Eins. Schade. Das sind tatsächlich zu wenig. Kann ich das hier vielleicht irgendwie anders machen? Ne. Gut. Ich muss noch Zinnkabel herstellen. Oh. So. 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 Und wir haben. So. Zinnkabel. Ziehen. Ziehen. Kabel. Ja. Krieg mich nicht auf. Ja. Das war diesmal etwas kürzer. Deshalb mache ich jetzt noch ein paar Minuten drauf. So. Damit ihr auch wirklich sieht. 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 Dass das Ding funktioniert. So. Jetzt läuft das. Die geben. Ein EU per Tick out. Die geben zwei out. Gut. Damit haben wir zumindest das. Äh. Ja. Sozusagen. Komfortabel gemacht. Dass die jetzt arbeiten können. Ohne Ende. So brauche ich jetzt noch irgendwas. Was ich äh. Bauen könnte. Oder so. Power. 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 Gut. Und ja. Wenn ich jetzt aufhöre. Und in der nächsten Folge anfange. Machen wir das Jetpack. Also. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tchaik Taich. Hallelujah. Bei mir. I К